so leute heute kleines kurspreview von der laguth mit vincent schwarze strecke ein paar sketchy stellen, aber es läuft, oder? ja, gucken wir mal, er ist der voller run jetzt, oder probier jetzt er ist der voller run ja? jo, send it das fahrrad ist auch schon größer am klappern von dem ganzen sand ja, warte, ich werde nicht hin ja, warte, ich werde nicht hin da war es grad echt relativ geil da war es grad echt relativ geil ja das ist gewesen sorry ok ok ja fahr 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 Das war's mit dem Kurspreview aus La Presse, ich hoffe es hat getaubt und ja bis zum nächsten mal